So, wollen wir das. Jetzt gehen wir wieder runter vom Gas. Einfach um halt auch... Da, genau das, was ich meine. X! Was soll das jetzt? Das hasse ich an... an... dem System. Du musst so pingelig teilweise sein. Versuch jetzt so... Versuch jetzt mit RCS eher mal. Schauen wir mal, ob das mit RCS besser geht. Wobei beim anderen haben wir halt nur die Chance einer Fehlfunktion. Und ganz ehrlich, das gehe ich jetzt nicht ein. Perfekt. Auf OK gehen. 0,3. Das ist auch voll OK. 300 Meter entfernt ist sogar teilweise besser, weil wir das Teil noch hinten abschießen müssen. Und danach nur noch mit RCS arbeiten. Und wenn wir ein bisschen den Abstand haben, ist es vielleicht gar nicht doof. Könnt ihr mal gucken. Was kann ich noch verändern? Rentehör natürlich mal. So, OK. Machen wir RCS wieder aus. Na, schau jetzt nicht ganz sicher, wo wir sind. Ich hoffe nur, dass wir ein passendes Relay-Verbindung Verbindung herstellen können. Bei dem Punkt. Wenn nicht, sind wir gearscht. Doch, wir haben irgendwo eine Verbindung. Was ist denn das für ein Teil? Expander, Venture. Ach, das geht über Minmus? Wir gehen jetzt erstmal über Minmus. Und dann läuft. Also gut, dass wir das haben. Ich bin natürlich froh, wenn wir eine andere Verbindung herstellen können. Aber, hey, wenn es nicht anders geht. Oh, shit. No, bitte nicht. Oh, jetzt. Was ist passiert? Aber wir können mal, genau, Ziel einstellen. Ziel und dann Retrograde Burn. Wir haben es nicht mal mehr so weit. Wenn es richtig beschissen läuft. Und das hoffen wir zwar nicht, weil das ist genau dort, wo ich das nicht erhoffe. Fällt uns genau diese Verbindung aus, wenn wir durch sind. Und wenn wir halt unsere Mission durchführen wollen. Die 14 Sekunden noch Vorspulen. Nope, wir haben noch eine Verbindung. Über Duna? Jetzt wird es interessant. Oh, jetzt wird es echt interessant. Wo ist denn unser Ziel? Ich sehe die Station. Das ist kratzend. Ah, da. Da ist sie. Station, stopp. No. Don't do this to me. Nur mal Retrograde drehen. Da leuchtet das Teil. Alter, schaut, wie das leuchtet. Unsere Station. Oh, so schön. So schön. Und zum Glück so viele Verbindungen. Das ist lucky. Also echt lucky. Also nach dem kann ich bis hierhin dann vorspulen. Ich schaue natürlich hier hin. so. So. Jetzt drücken wir mal Retrograde ausberichten. Da unten fliegt sie vorbei. So, okay. Jetzt müssen wir was machen, was ich so ein bisschen Schiss habe. Auf Umlaufbahn wechseln. Prograde drehen. Triebwerke ausschalten. Aber wie gesagt, jetzt kommt der Punkt, der gefährlich werden könnte. Wenn es nicht nach Plan verläuft. Wenn es nach Plan läuft, ist alles perfekt. Drei. Zwei. Eins. No, ist nicht so gelaufen wie erwischend. Warum sind die Triebwerke nicht angegangen? Oh, Mann. Okay. Dann richte ich mich jetzt eher Richtung Ziel aus, würde ich sagen. Ich muss jetzt gerade schauen, wie ich mich ausrichte. Das ist so der nächste Punkt. Da ist ein Punkt. Da ist ein Pünktchen, auf das ich mich jetzt ausrichten werde. Um ein bisschen zu fliegen. Während es die Dunkelheit ein bisschen nutzen, um den perfekten Punkt zu erreichen. So. Er ist jetzt wieder an. Jetzt kann ich mich wieder mit RCS so spielen, wie ich es brauche. Und tue jetzt erstmal 4 MS beschleunigen. Das macht halt den Unterschied, dass wir hier gleich wegkommen von dem Teil. Aber schade, dass es nicht funktioniert, wie ich mir erhofft habe. Aber ja, man kann auch nicht immer alles haben. So, da ist die Station. Alter, schaut euch dieses massive Teil an. Alter, what the frick. Da. Paneele, 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 überall Paneele. Und genau dazwischen will ich die jetzt reinsetzen eigentlich. Was ich gerne hätte, wäre ein bisschen Sonne. Weil ich kann jetzt viel machen, aber ich sehe nichts. Das ist so ein Problem. Und ich muss die ganze Station dedocken und das alles in ein paar Minuten. Das wird jetzt echt eine harte Mission. Deswegen hätte ich halt gerne erstmal ein bisschen Sonne, bevor ich hier wirklich weiterarbeite. Aber schaut euch dieses. Genau, das war die Mission, die ich gemacht habe, um unsere Bevölkerung zu erhalten. Das ist ein bisschen größere Rakete auch wieder mit Nahrungs- und Almdron dran. Eigentlich eine relativ standardmäßige Mission, aber ja. Und das kann dann alles auch weg. Das kommt irgendwann weg, weil das wird ja ausgetauscht gegen Extra-Paneele. Das Ding kommt sowas von fix weg. Aber hier rein, klack, eingehängt. Dann haben wir hoffentlich schon mal alles vorbereitet. Vor allem können noch neue Satellitensysteme und alles verbaut werden. Wenn wir noch immer das Teil hier verbauen. Ich weiß gar nicht, war das seitlich oder war es oben? Ich habe keinen Plan mehr, war es bei dieser Station? wo und wo ist, ganz ehrlich. So, wir warten jetzt so ein bisschen auf den Sonnenaufgang. Perfekt, stopp. Weil jetzt kommt eigentlich erst der harte Teil. ausrichten wir das ganze Teil. Ich habe euch dieses Teil an, was jetzt da drauf zufliegt. What the fuck? Jetzt muss das nach hinten. Wir docken uns rein. Und dann muss ich wieder andocken. Das wird das komplizierteste, was ich glaube, ich jetzt gemacht habe. In der Mitte eine komplette Station teilen. Zum Glück ist die ja noch nicht so groß, aber es ist halt trotzdem. wir müssten die Station teilen. Das macht natürlich einen Vorteil, in Zukunft haben wir dieses ganze Problem nicht mehr. Ich mache das so ungern gerade. So. Okay, nachher. Ich mache mal das Referenz hier. Einmal, also das muss ich jetzt nicht speichern. Wird gespeichert. Station teilen. Speichern. Oh Gott. 34 Minuten. Wir haben hier einen Docking-Computer drin, ne? Bedeutet, von hier steuern, Luke schließen, Luke schließen. Hier ist Personal drin, oder? Ich hoffe mal. Ja, hier sind Leute drin. Wo konnte ich die koppeln? Nein, ich will, äh, abdocken. Genau, und euch muss ich jetzt als Ziel setzen. Alter, das ist gerade so unangenehm, die Station zu zerteilen, wo Leute drin sind. Oh, eklig. Ein bisschen. Okay. Wechsel. Wieder hier hin, genau. Unser Ziel ist jetzt sozusagen als Ziel setzen. Und das will ich auch hier, ähm, von hier steuern. Bedeutet, wir müssen jetzt alles in einem sehr ruhigen Modus machen, eigentlich. Ich werde auch die ganzen Paneele jetzt einfahren. Ich weiß nicht gerade genau, wie ich mich ausrichten soll, wann war ich? Ich brauche das hier wieder. Es ist gerade echt verwirrend, wie ich lenken muss. Lass mich mal kurz von hier steuern, bitte. Von hier steuern, okay. Einfach, dass ich das einigermaßen erstmal hinkriege. So. So. Wenn ihr mich wundert, warum ich gerade so still bin, ist es einfach mega spannend für mich. Sie küssen sich quasi schon. Alter, das ist gar nicht mehr so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir das einfacher, ehrlich gesagt, vorgestellt, als es jetzt hier ist. Vor allem, ich bewege auch die Station gerade, weil Leute, das macht es nicht unbedingt einfach von hier steuern. Oh Gott, wie wird denn jetzt die Steuerung sein? Oh fuck. Alter, das ist gerade echt unangenehm. Wem wisst ihr das? Das Problem ist natürlich, ich kann so um einiges besser arbeiten. Das macht es genauso schwierig eigentlich auch. Küsst euch doch jetzt, kommt schon, tut es. Yes! Oh mein Gott. Okay, und jetzt muss ich in das andere Stück rein. Und von hier steuern. Alter, das ist gerade weirrt. Als Ziel setzen. Auch natürlich wieder richtig rum drehen, wir drehen jetzt alles so wie es gehört. Wenn wir uns schon einmal ausrichten, dann gescheit. Und, ähm, jetzt sind wir jetzt gerade auf dem Hinburn. Hier sind wir. Okay. Ähm, ich will, erst jetzt. Oh, holy shit, das kann natürlich ein bisschen länger dauern, sowas dann. Wir wollen jetzt nochmal miterst jetzt. Ähm. So, warte mal ganz vorsichtig. Ich muss hier im Grunde gerade... Also, das ist jetzt gerade einfach wieder, okay, welche Steuerung, welche, wo muss ich was hinbringen, damit alles wieder nach Plan läuft. Ist okay. Und jetzt halt kann ich wieder mit meinen typischen Steuerung arbeiten, um alles in die Gänge zu bringen. Und das Rest macht das System selber. Puh. Aber wenn unsere Station dann um das wichtigste Teil erweitert. Und das anzusetzen, war jetzt eigentlich auch das Schwierigste. So, wir sind noch 11 Meter entfernt circa. Das wird besser. Oh mein Gott! Das ist jetzt eine 44 Minuten Folge. Eigentlich muss ich das auch teilen. Oh Gott! Ein paar Meter pro Sekunde runtergedrängt. Das Ganze. Guck an, komm schon. Komm schon. Komm schon. Nimm den Dockingport endlich an. Ja! Oh mein Gott. Dann fliegt das Teil immer noch rum. Alter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Weil ich kann jetzt rein theoretisch das Teil auch nach da unten docken, wo eigentlich in Zukunft die ganzen Raketen hingehören. Hier kommen jetzt dann auf die eine Seite wahrscheinlich will ich Nahrungsergänzungen und alles hinzufügen. Auf die andere Seite will ich Treibstoff und Monotreibstoff hinzufügen per Tanker, die natürlich Remote Control drin behalten. Hier unten werden dann die Raketen angedockt. Und ganz unten kann halt immer auch erweitert werden. Plus Dockingport für keine Ahnung was für Raketen. Und hier oben kommt links rechts die Station dran. Aber wir haben es relativ gerade eigentlich hinbekommen. Schaut gut aus eigentlich. Und das Teil kommt ja eh weg. Also der Dockingport ist ja sowieso dann over, wenn das Teil wieder seinen Abflug kreiert. Aber lecko mio. Wir haben es geschafft, Leute. Und ich will es auch nicht verlängern. Das war es für die Folge. Ich glaube, ich werde es doch teilen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao. Woooh! Everything changes. Wooo! Woooh! 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 Bis zum nächsten Mal.